Spooky So, darf ich jetzt sterben? Nein, okay Damit locke ich auf mein Target an Ah, ah, was macht der? Au! Du Arsch Ich mag das Spiel Achso Wee Guck mal, da hinten sind Gegner, das heißt, das ist der richtige Weg Also gehe ich hier längs Oh Gott Fuck you Hm, hm, ich kann Gegner töten Nee, du geh tot, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst Und dich block ich, du Arsch Oh Gott, der hältst mehr aus Nee, tust du nicht Sah nur so aus Turn back Okay Ich vertraue dir, ich spiel Du wirst mich bestimmt niemals anlügen und dich über irgendwelche Klippen schicken oder so Nein, ich kann dir vertrauen, spiel Oh Gott, hi Weck Hm 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 Yolo Oh Gott Oh Gott, was machst du da? I, I, mach das nicht Oh, get Cracked Fuck, boy Alter, da kommen die Monster Hunter Skills raus Komm schon, der ist so gut wie tot Ich wusste doch, hier war noch einer Ich hatte doch was gehört Ich würde dich ja die Klippe runterschubsen, aber so wie ich mich kenne, falle ich dann mit runter Das Du siehst aus wie ein Boss Ähm Wieso blutet es Hallo, du willst mich doch bestimmt nicht ange- Du willst mich doch Komm, wir sind doch Wir sind doch Bros Wir sind keine Bros Oh Gott, wir sind keine Bros Seh ich ein Wir sind keine Bros Ich mag I, U, Dex nicht I, U, Dex ist ein Arsch Oh Gott 1, 2 Und rollen Und rollen Und rollen Und au Hu, 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 hu Hallo Hallo Wo bist du? Wieso Wieso bin ich nicht so schlau, einfach auf dich zu fokussieren Ja, hu Was willst du, hä? Was willst du? Uiuiuiui Au easy getimed oh nein oh nein warum was bist du warum machst du das aua aua nee komm 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 die paar hits noch den machst du du spaß die dankeschön i have defeated the pickle monster ihr seid jetzt nicht wirklich ein problem aber das möchte ich auch nicht beschreien weil dann kommt gleich irgendwas anderes und das killt mich dann also im moment bin ich doch ganz zufrieden mit euch ich finde es ja auch super wie ermutigend das handbuch ist das handbuch sagt im grunde nur du wirst sterben hier ist was die einzelnen sachen machen hundi attribute und so sowas meinte ich was bist du denn jetzt skelett hundi ok hier ist 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 hier ist